Und schon sind wir wieder zurück zum LKW-Werkstatt-Simulator 2015 mit mir Ben Hoshi. Ja, wir suchen einen klitzekleinen Fehler hier noch. Entweder am Bremssystem oder an der Federung. Je nachdem, was hier schon wieder rumspinnt. Es kann natürlich auch sein, dass irgendwo nur wieder ein Rad... genau, da haben wir es doch schon. Gucken mal, ob es das denn gewesen ist. Ich vermute mal, das wird es gewesen sein. Und nein, immer noch nicht. Ah, verflixt. Okay. 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 ganz super nein aber ein motorkran also machen was wieder auf die altmodische art haben wir runter 2 filter gekauft ein bisschen öel reingekippt und erledigt reparatur auftrag nummer 50 irgendwas stimmt mit der elektrik nicht manchmal blinken alle lampen vielleicht ist irgendwo ein coach los überprüfe wo das problem liegt ja lokalisier das problem indem du den obd scanner benutzt ersetze an die kaputten teile nein neue werkstatt neue werkstatt cool ja man kann wer stellt mir bitte eine gasflasche auf eine treppe sag mal seid ihr lebensmüde hier notausgänge versperrt überall stehen hier gasflaschen rum ungesichert so was ist hier tollen durchgang ohne irgendwas ach der pausenraum oder was mit blick nach draußen aufs hochhaus noch klasse bei kong aha da kommt man rauf aber nicht raus ok ja jetzt muss ich jedes mal hier rein wenn ich ach du schande und dann mal hier ist das radio ah ja ok so feuerlöscher und so weiter das alles das normale rolltür hier im motorkran so hier haben wir einen luftkompressor wo schon öl daneben steht also eine hebebühne aber hier die ist auch blockiert ok hier drüben ist der prüfstand hier ist meine werkbank ok was soll's ok also neue werkstatt groß verdammt groß aber auch verdammt laut merke ich hier gerade ist das da oben schneit es oder staubt es kurios naja ok also hätte ich auch ein bisschen mehr von erwartet aber sehr laut muss ich sagen hier so checking arrows so 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 jetzt soll alles sein jetzt muss ich tatsächlich da reinrennen so ist das abartig ey also das ist wirklich bescheuert gemacht so den haben wir auch erledigt so so da haben wir auch noch also so 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 gut das war jetzt die lichtmaschine ne ja so dann hätte man reparieren können ähh na egal was solls so 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 man ist ja irgendwie so dran gewöhnt alles zu kaufen jawohl erledigt jemand ist so dran gewöhnt hier alles zu kaufen so was haben wir hier auftrag 51 am rechten vorderrad klopft irgendwas das ist recht merkwürdig könntest du nachsehen ersetze die kaputten teile rechtes vorderrad links rechts also hier kann man jetzt wesentlich den prüflings benutzen man sieht natürlich schick aus hmm Okay. Okay. Ich mache noch die Sicherheitsserie auch nochmal. Nee, das Radlager ist in Ordnung. Okay. So, dann müssen wir das ganze Ding nach oben fahren. Okay. 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 Und wo wir schon dabei sind, überprüfen wir hier auch gleich mal. Okay. 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 Dann sehen wir morgen. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Lasst mir einfach ein Däumchen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare. Schaut euch meine anderen Let's Play rein an. Vielleicht gefällt euch da auch noch irgendwas. Und ja, dementsprechend könnt ihr mich ja noch abonnieren. Würde ich mich riesig drüber freuen. Also, das war's dann für heute. Und wir sehen uns dann morgen. Also, euer Ben Hoshi. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.